. Gut. Ab. Puch. Okay. Besser, Pia. Jetzt sind die Hände früh hoch, so kannst du den Ball nehmen. Primo. Komm, Edis, komm, Edis. Sprechen, den Ball darf nicht so fallen. Fokus, nächster Ball. Fokus. War mal vor derasen Haare drücken. Jetzt nur hoch, mit dem Arm noch mal ein bisschen. الصdarohnen. Wir sont Cyber. Schwerkert Boyama, ja. das gemeinsam erinnert. Coach. Okay, Moment, Moment, Merez, Annahmegruppe, komm. Ja, ist gut. Kein Problem, wenn solche Bälle passieren. Aber okay, den Theater rum brauchen wir auf dem Moment nicht. Versuche es gut zu machen, Hände sind ein bisschen zu früh fest, und dann kommst du nicht mehr locker hoch, um den Ball zu pritschen. Das gilt für alle Merez. Fokus, nächster Ball, mehr Fokus auf das Annahmebrett. Weil wir sind zu unruhig, oder wir machen unser Annahmebrett zu früh fest und kommen dann in die Probleme, wenn der Ball höher ist. Also nehmen die Ruhe, sind entspannt, Arme bewegen zum Ball, Annahmebrett fest, und dann spielen wir. Ja, also nicht früh fest und dann bewegen, nein, bewegen am letzten Moment, Annahmebrett fest, und dann ruhen die Arme. Ja, los, weiter. Puff, hier, prima, gut. Stehen, nächster Ball. Puff, hier, go, gut. Stehen, nächster Ball. Puff, hier, dann streichen, nächster Ball. Ja, nun, stechen, nächster Ball hin, ey, nächster Ball. Untertitelung des ZDF, 2020